Untertitelung des ZDF, 2020 David Irving Und ich bin willens 1000 Dollar denjenigen auszuhändigen, der mir einen Beweis für den Holocaust vorlegt Ich diskutiere nicht mit Ihnen, nicht hier, nicht jetzt, noch sonst Weil Sie es nicht können, das ist Irving hat uns eine Klage vor dem High Court angekündigt Miss Lipstadt hat meiner beruflichen Existenz erheblichen Schaden zugefügt Was hast du über ihn geschrieben? Ich glaube, ich habe ihn einen Lügner und Geschichtsverfälscher genannt Du brauchst dringend einen Anruf Bei uns gilt die Unschuldsverbotung Aber nicht in England Dieser Fall dreht sich um Sie, aber es geht nicht um Sie Auschwitz ist das Zentrum allen Holocaust-Glaubens Und somit von entscheidender Bedeutung für die Leugner Es gab nie irgendwelche Gaskammern in Auschwitz Dies ist die größte Tötungsmaschinerie, die es je gab Wir wissen, was es ist, wir müssen beweisen, was es ist Und wenn wir verlieren, wird es dann akzeptabel zu sagen, dass es den Holocaust nie gegeben hat? Der Ausdruck Leugner ist ausgesprochen heimtürnisch Redefreiheit heißt sagen zu können, was man will Der Ausdruck ist ein Gift, für das es kein Gegenmittel gibt Doch darf man nicht lügen und erwarten, nicht dafür zur Verantwortung gezogen zu werden Es gibt keine Löcher in diesem Dach Und zufolge gab es auch keine Gaskammer Keine Löcher, kein Holocaust Er wollte was Einprägsames, jetzt hat er Wo sind die Belege? Wo sind die Beweise? Die Ansichten über etwas sind nicht immer gleich Ich bin kein Rassist Die Erde ist rund, die Poolkappen schmelzen und Elvis ist nicht am Leben Ich habe die Redefreiheit nicht angegriffen Ich habe nur jemandem die Stirn geboten, der die Wahrheit verdreht